Steht auf keinen Fall 9 Meter. Van Ravens kam, hat er sich umgedreht, sind die wieder nach vorne gegangen. Starek, Tor! Es war Paritz, der geschossen hat. Also anlaufen wollte anfänglich Starek. Dann hat Paritz dieses Kunststück zu Wege gebracht, auszugleichen. In der 29. Minute das erste Tor für Paritz in einem Länderspiel.